Gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute bei Edeka. Wir kaufen für 50 Euro ein für die Woche und wenn ihr gesund einkaufen wollt, aber gerade broke seid, dann ist das hier das perfekte Video für euch. Als erstes haben wir Bio-Citron. Die anderen Sachen werde ich erklären, warum die gut sind, warum nicht, aber das im Nachhinein. Hier haben wir Äpfel von Elster. Ganz einfach. Und als nächstes für unsere Eiergeschichten haben wir hier natürlich Lauchzwiebel. Dann noch kurz Butter. Muss man immer zu Hause haben, ist das Beste zu braten. Dann Olivenöl. Auch nicht vergessen. Super Sache. Gesund. Kokosöl darf natürlich auch nicht fehlen, ja. Das gute Kokosöl. Und der Parmigiano, Reggiano, Cranapadano. Als nächstes haben wir hier den Sauerkraut. Ist auch sehr wichtig. Und die Krauten dürfen auch nicht fehlen für den Salat, für die Eier oder für ein anderes Gericht eurer Wahl. Die Eier, ein Standardding, was jeder zu Hause haben muss. Und Asmati-Reis, beziehungsweise Reis, eine Kohlenhydratquelle. Sehr wichtig. Bohnen, wer sie auch noch verträgt. Und die antiparasitären Kürbiskerne sind auch am Start. Genauso wie ein kleiner Snack, der Veggie-Joghurt, der Kokosnuss-Joghurt. Zuhause angekommen. Hat mich mein Stativ leider verlassen, sorry. Aber wir starten trotzdem. Ich werde es euch nicht vorenthalten, was ich hier so schönes alles gekauft habe. Was ich dazu zu erzählen habe. Und lasst uns einfach starten. Wir starten hier ganz einfach mit der Lochzwiebel 1.19. Bisschen überteuert, aber erfüllt ihren Zweck. Ist gesund, ist scharf, ist gut für Eierrezepte. Er bringt sekundäre Pflanzenstoffe, bringt die Schärfe, die euer Körper eigentlich benötigt, aber leider nicht mehr bekommt. In dem Maße, wie er sie eigentlich braucht. Ganz einfach gesagt. Und kommen wir auch schon zur nächsten Sache. Das sind hier die Testosteron-steigernden Eiern. Wait a minute! Eier, ja. Aber nee, das ist nicht so krass wie ihr denkt mit dem Testosteron-Steigern. Zumindest denken Frauen, aber boah, ich werde krass, krass zunehmen. Muskeln werden so krass wachsen, aber ist nicht so, ist nicht so. Ist mehr für die Gesundheit, hormonoptimierend und einfach super, wenn ihr etwas verbessern wollt. Da haben wir als nächstes die Äpfel von Elster. Die gesunden Äpfel. Ich habe mich hier für drei Stück entschieden. Von den Eiern habe ich drei Packungen genommen. Von der Lochzwie habe ich auch einfach einen Bund genommen. Reicht für die Woche. Vollkommen aus. Je nachdem, was ihr isst. Mehr oder weniger Eier, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die Elster-Eier sind halt wichtig, weil Elster, Brustkorb und Holsteiner Cox kommen noch aus Deutschland. Das ist irgendwo noch regional. Vielleicht habt ihr sogar noch mehr regionalere Produkte, die ihr einfach vom Baum irgendwo pflücken könnt. Ja. Das wäre natürlich am optimalsten, ja. Kommen wir zur nächsten Sache. Kokosöl. Antiparasitär. Antivira. Antibakteriell. Die Parasiten werden euch hassen dafür, dass ihr es konsumiert. Die werden euch dumm halten, meiner Meinung nach. Aber das wird euch wieder eure Power bringen und diese Biester vertreiben, ja. Wir müssen den Kampf gegen sie ansagen, das sage ich euch, Leute. Das ist einfach so. Diese Sachen halten uns klein, dumm und schwach. Ist natürlich nur meine Meinung. Könnt ihr natürlich alles zusammen mixen hier mit Eiern, Lauchzüren und so weiter. Als nächstes hier die Hass-Avokado, davon habe ich auch drei Stück genommen. Manche haben Säcke, manche haben einzelne Avocados. Ja. Mit schauen, wie das passt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, aber zwei bis drei Avocados in der Woche sind super. Muss auch nicht unbedingt bio sein. Die haben eine dicke Schale, der kommt weniger durch als zum Beispiel bei einer Erdbeere. Und das ist sehr gut für Vitamin E, also für euer Kollagen. Vitamin E und Vitamin C sind zusammen die Grundbausteine für Kollagen, um das aufzubauen. Damit es im Winter nicht so kalt ist. Frauen haben vor allem so ein Problem. Frieren richtig krass im Winter. Aber Männer natürlich auch. Menschen mit weniger Kollagen oder eher gesagt sehr Kollagen-Schicht. Fettschicht. Die frieren einfach mehr, ist klar. Dafür ist diese Schicht gedacht. Und das könnt ihr alles optimal kombinieren. Eier, Lauchzwiebeln, danach noch Avocado drauflegen, je nachdem wie. Ist alles super kombinierbar. Aber machen wir einfach mal weiter. Mit den guten Möhren, die man auch zu einem schönen Salat transformieren kann. Die man einreiben kann in irgendein Gericht eurer Wahl. Was ihr mit den ganzen Zutaten anstellt. Und auch sehr gesund. Sehr potent. Desto natürlicher ist es, desto besser. Vielleicht findet ihr noch eine andere Sorte, die natürlicher ist. Ursprünglicher. Wo noch mehr Nährstoffe drin sind. Aber Demeter, beziehungsweise Bioland. Die liefern ja schon gute Nährstoffspektren. So nenne ich das mal. Um die Gesundheit hier maßgeblich zu beeinflussen und zu verbessern. Und ist natürlich alles vorbeugend für Krebserkrankungen gedacht. Als nächstes haben wir hier natürlich die Butter. Muss natürlich sein. Butter zum Braten, Kochen und so weiter. Als Ersatz für Samenöle. Die ist hier schon ein bisschen verdellt. I'm sorry. Aber, muss natürlich sein. Ohne Butter geht heute gar nichts mehr. Kokosöl und Butter sind meine Standard seit sehr langem. Ja, wenn ich ehrlich bin. Sonnenblumenöl finde ich gar nicht mehr wieder in meiner Ernährung. Beziehungsweise in den Produkten, die ich kaufe. Im Einkauf finde ich die nachher nicht wieder. Ist natürlich ungünstig für den Körper. Diese krassen Omega 6 zu 3 Verhältnisse sind unmenschlich heutzutage. Und können nur maschinell hergestellt werden. Der Kokogut als kleine Süßigkeit oder als große Süßigkeit. Je nachdem wie du es betrachtest. Kann man hier noch mixen mit Rohhonig. Deiner Wahl. Deines Imkast des Strahens. Oder einfach mit zusätzlich noch einem Schuss. Mit einem dicken Löffel Kakaopulver. Um deine Sauerstoffversorgung im Gehirn anzuregen. Deinem Gehirn noch einen dicken Boost zu geben. Für die Arbeit, für die Uni. Fürs Lernen allgemein. Ist super um dein Gehirn einfach zu unterstützen. Mental. Und dein IQ kurz zu erhöhen. Hat natürlich auch ein bisschen was. Chemisches. Unnatürliches. Aber. Ich habe das jetzt einfach hier eingebaut. Um alle Wünsche sozusagen abzudecken. Ihr könnt das natürlich auch weglassen. Und es durch etwas anderes ersetzen. Eure Wahl. Was noch krasser ist. Ja. Ich will euch da nichts vorenthalten oder vorschreiben. Zieht einfach das Beste aus dem Video. Was ihr hier erhaschen könnt. Was ihr bekommen könnt. Und macht beste Dose. Und werdet zu der besten Version eures Selbst. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Was haben wir denn hier. Der Parmigiano Reggiano. Der so gesund sein soll. Und erst vor Tagen habe ich verstanden. Warum er so gesund ist. Er besteht aus Rohmilch. Hauptsächlich aus Rohmilch. Salz und Lapp. Bedeutet. Bei den anderen Käsen. Bei den anderen Käsesorten. Ist halt so. Dass die halt. Pasteurisierte Kuhmilch haben. Überall drin. Das heißt. Ein unnatürliches. Beziehungsweise. Unpassendes Produkt. Für den menschlichen Körper. Der halt natürlich viel schleimförder ist. Der arm unfreundlicher ist. Und einfach. Nicht so gut passt. Wie dieser Parmigiano Reggiano. Der eiweißreich ist. Der gut für die Ernährung ist. Und den man ganz einfach überall reinreiben kann. Oder einfach. So reinbeißen kann. Wenn man das möchte. Ganz einfach gesagt. Das sind auf jeden Fall bis jetzt die. Guten Sachen. Die ich jetzt so. Geholt habe. Die kann man alle gut. Miteinander kombinieren. Es fehlt natürlich noch die. Kohlenhydratquellen. Die kriegt ihr gleich noch. Auf den Tisch serviert. Wir haben aber hier noch. Uns entschieden für. Drei. Kokonuts. Kokogurz. Nennt man die glaube ich. Und ja. Die müssen auf jeden Fall. Reichen für die Woche. Das sind alles so. Ja. Jetzt für diesen Einkauf. So Standardsachen. Ich kaufe ein Edeka nicht regelmäßig ein. Deswegen wusste ich das jetzt nicht. Wie ich das jetzt genau handeln soll. Aber wir haben natürlich hier noch die antiparasitären Kürbiskerne. Auch ein Ding. Wofür euch eure Parasiten. Den einen oder anderen Schock verpassen werden. Oder ihr werdet denen einen Schock verpassen mit dieser Eiweißbombe. Mit diesen antifungalen, antiparasitären Kürbiskernen. Die werden sich auf jeden Fall erschrecken. Ja. Ihr werdet ihr auf jeden Fall einen guten Schock einjagen. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Heutzutage ein Muss. Ein Muss. Um einen klaren Kopf und eine gute Leistungsfähigkeit des Körpers einfach gewährleisten zu können. Ja. So ist das Leben. So ist das Leben. So als Kohlenhydratquellen kommen wir für mich in Frage. Quinoa. Sehr, sehr gut. Wenn ihr das noch einweichen lässt. Ja. So sieht Quinoa hier aus. Ihr könnt es über die Nacht einfach in Wasser einweichen lassen. Dann ein zweiter gestehen lassen. Und es wächst von alleine. Danach müsst ihr es noch nicht mal kochen, braten oder irgendwas in der Art. Ihr könnt es theoretisch schon so essen. So ist es am besten. Weil die Antinährstoffe, die Fressstoffe, die gegen Feinde gedacht sind, die sind weg. Die Schleimstoffe sind weg. Das ganze Spektrum der Nährstoffe des Produktes ist da. Weil mit diesen Nährstoffen, Antinährstoffen meine ich, mit den Antinährstoffen kommt ja nicht alle gut Nährstoffe, weil die quasi noch verschlossen sind, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Das wissen halt sehr, sehr viele nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kohlenhydratquelle, die super gesund ist. Und schon die alten Azteken haben das benutzt. Das Wichtste, wir gehen auch Buchweizen, beziehungsweise nicht das Wichtste, aber auch eine sehr gute Kohlenhydratquelle. Auch sehr, sehr gut. Die Russen haben einen sehr niedrigen Blutdruck wegen Buchweizen. Und natürlich hier noch der Naturreis, der auch sehr wichtig ist, beziehungsweise neben Quinoa und Buchweizen an dritter Stelle meiner Meinung nach ist, weil die anderen beiden einfach viel besser sind. Und ja, Quinoa und Buchweizen sind einfach optimaler, besser verwertbar. Und natürlich in meinen Augen, laut meiner Empfehlung, meiner Recherche, ja. Buchweizen muss man natürlich auch im besten Fall einfach über Nacht stilllassen, die Schleimstoffe rausmachen, bisschen abspülen. Und dann habt ihr ein noch besseres Produkt. Die Nährstoffe sind noch besser verwertbar. Da sind die Wertstoffe, potenzieren sich, es werden mehr Nährstoffe, als davor schon drin waren. Ja, die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Die werden einfach unter Verschluss gehalten vor Fressfeinden. Diese Antinährstoffe sollen Fressfeinde davon abhalten, dass das Korn gegessen wird, bevor es halt anfangen kann zu blühen. Natürlich im Winter wollen alle essen Samen, die beschützen sich einfach mit diesen Stoffen, ganz einfach gesagt. Die Nährstoffe werden einfach krass gepulgt, krass gepulgt, wenn ihr das nehmt. Eine der letzten Sachen ist ja Olivenöl. Sehr teuer, beziehungsweise nicht teuer, aber für die 50 Euro schlägt das hier maßgeblich in das Ergebnis mit einem mit 10 Euro. Kauft man natürlich nicht wöchentlich, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich würde es einfach mal schätzen. Einmal im Monat vielleicht kaufen wir das nach. Deswegen passt das hier super rein. Ist ein gutes Basic-Produkt. Ich meine Salz, Pfeffer und so weiter, die ganze Sache habe ich jetzt nicht geholt. So, dass in meinen Augen Standard-Sachen sind die so oder so. Zuhause habt. Deswegen habe ich das hier einfach nicht ergänzt oder gekauft. Die ganzen Sachen kann man einfach gut kombinieren mit dem Koko-Gurt, Kürbiskern. Man kann auch natürlich noch hier 99% Schokolade holen. Oder Kakaopold habe ich jetzt hier nicht explizit geholt. Wer es noch verträgt, kann sich weiße Bohnen holen. Das ist auch super, wenn man sie verträgt. Die Schleimstoffe, von denen ich vorher schon geredet habe, die sieht man hier ganz deutlich. Dieser eklige, widerwärtige Schleim, ja. In meinen Augen widerwärtig. Ich glaube, ihr werdet das ähnlich sehen. Der muss auf jeden Fall gut abgetropft werden. Gut auswaschen mit einem Sieb. Und dann habt ihr auch ein Produkt, was man auch genießen kann. Ja, ihr könnt natürlich noch Tomaten, Soße zu eurer Wahl. Zum Beispiel Tomaten, Makronen und das Ganze damit verfallen haben. Falls ihr noch eine Soße haben wollt, gut sein Wien zu haben. Ja, sonst ist hier für jeden Geschmack hier was. Es gibt hier da was Süßes, da was Gutes, hier was Herzhaftes. Aber alles gesund für einen günstigen Preis. Aber mit voller Qualität, mit voller Gesundheit, mit der Besten, vom Besten. Und ich kann euch das nur empfehlen, diese Sachen in euer Leben, in eure Gesundheit zu integrieren. Um hier das Beste rauszuholen. Das hier war natürlich alles ohne Fleisch, ja. Das war jetzt extra ohne Fleisch gedacht gemacht. Ich finde, man kann sich natürlich auch ohne Fleisch gut und gesund ernähren. Aber mit Fleisch kann man sich natürlich auch gut und gesund ernähren. Ich will das andere gar nicht ausschließen. Aber ich stelle mich hier auf jeden Fall gegen Tierleid. Aber kritisiere niemanden oder werde jemanden respektlos behandeln, weil er Fleisch isst oder so. Also ich bin da offen für alles und respektiere jede Lebensform, die so umgeht, wie sie das für richtig hält. Und für sie das am besten ist, für ihren Körper, für ihre Mitmenschen, für ihr Leben. Jeder tut das Beste, was er in seinem Verstand für richtig hält. Und das finde ich auch okay so. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber ich danke euch erstmal, dass ihr hier wart bei diesem wunderbaren Video. Und ich hoffe, ihr könntet was davon mitnehmen. Vergiss die Glocke nicht wegzumachen. Danke, dass ihr im Leben seid. Danke, dass ihr da seid. Und bleibt an der Hoffnung immer dran und optimiert euer Leben. Danke für alles. Bis zum nächsten Einkauf bei Louvi.